So, wir haben hier einige Aufgaben auf jeden Fall angestoßen, er hier macht zum Beispiel ganz viele Spiegeleier, ich hatte hier schon Metallbarren angestoßen, hier sind ein paar Sphären noch im Angebot, die ich schon gemacht habe, und da sind ein paar, und dann würde ich sagen, habe ich auch schon Holz und Steine gemacht, und jetzt müssen wir mal hier reingucken, ob wir jetzt hier eine Axt oder sowas kriegen können, und das sieht schon mal gut aus, Steine hatten wir, Metallspitzhacke, die ist dann hoffentlich effektiver, und wir bauen schneller ab und besser. Aber nach dem Logo gucken wir das auf dem Großbildschirm. So, dann würde ich sagen, machen wir mal da eine von, die müssen wir wohl selber machen, weil es ja keiner da, der das macht gerade, aber die Zeit nehmen wir uns. So, die Spitzhacke haben wir jetzt, jetzt müssen wir noch die Axt haben, aber die Axt braucht noch Stein und Holz, und das ist noch nicht genug, das glaubst du noch nicht. Ich habe so viel geholt, und jetzt ist es schon wieder weg. Komisch. Aber das brauchen wir jetzt. Da hinten sind schon Bäume gewachsen, die waren alle schon weg. Ist das denn die Richtige? Warte mal, das können wir jetzt mal nachgucken. Wahrscheinlich Metallspitzhacke, die kommen mal da hin. Ich glaube, das geht jetzt besser. So, und dann holen wir uns noch einen Baum. Und wollen hoffen, dass wir dann auch die Metall-Axt machen können. Nur aufpassen, dass wir nicht zu schwer sind, fast. Ja, äh, oh, da unten läuft einer. Ach, guck mal, da, 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 die gehen da hoch, das ist gut. Wunderbar. Die können da langlaufen, das ist schon mal prima. Gut, jetzt müssten wir hierfür die Axt auch genug haben, Metall-Axt. Bauen wir die. So, jetzt haben wir das auch. Können wir gerade auch noch umändern hier. Metall-Axt kommt da hin. Dann gehen wir hier mal gerade rüber an die Kiste und entsorgen die anderen beiden Sachen. Weil die müssen wir nicht mitschlüren. Für den Notfall haben wir das ja dann da, ne? Äh, warum? Holz, warte mal, das Holz ist hier falsch. Und das ist hier auch falsch. Ach, das haben die Pals hier wahrscheinlich reingetan, ne? Obwohl, das kann drinnen bleiben, glaube ich. Das müsste ich in diese Kiste rein, ne? Okay, Erze haben wir keine mehr. Fasern haben wir, Holz haben wir. Wolle haben wir, Steine haben wir. Bären. Steck mal gerade hier rein, aber die, ach nee, warte mal, das sind gegrillte Bären. Die können wir gleich schon weitergeben. Und die kommen hier auch noch rein. Dann passt das. Die gegrillten Bären kriegen die Pals zum Fressen. Äh, ja, und das kommt da rein. Oh, guck mal, 49 Stück hier, ja. Das braucht man eigentlich nicht rausgeben, ne? Man muss hier nur, ach, okay, er ist noch beschäftigt mit Spiegeleiern. So, dann gucken wir mal hier nochmal nach Rezepten. Geht da was? Einer geht, okay. Macht er auch. Hier Rezepte. Würde ich die machen wollen. Passt, hier nicht Escape drücken. Und hier liegen noch acht Stück, die wir mitnehmen können. So, das heißt, für Reise sind wir fertig. Da haben wir, glaube ich, jetzt erst mal gemacht. Das heißt, wir gehen mal auf Wanderschaft. Und schauen zu, dass wir irgendwas kriegen, was wir brauchen. Ich würde hier hinreisen wollen. Weil der Daniel war das, glaube ich, der mir geschrieben hatte, dass die Wasserpals dieses Pal-Zeug da mir geben. So, jetzt muss ich aber hier nur ein Wasserpal finden, ne? Das da vorne ist ein Fox, oder? Das ist ja kein Wasserpal. Pfeil und Bogen fehlt uns auch noch, ne? Was haben wir denn da an Anzahl? 52, okay, da geht noch ein bisschen was. Ist das jetzt ein Wasserpal? Wasser kann der doch gar nicht liegen. Wie heißt das? Feuer machen, oder? Deswegen konnte er auch nicht schießen. Okay, dann war ein Foxpal mehr. Aber ich sehe keinen Wasserpal hier. Hatten wir doch letztens welche, die im Wasser waren. Aber wahrscheinlich waren das keine Wasserpals, sondern einfach nur Pals. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Oh, zwei flammende Dinger. Das brauchten wir irgendwo für, glaube ich, auch, ne? Das ist ein fliegender Vogel da links, oder? Wie groß ist denn der, oder wie stark ist der? Komm ich noch nicht hin. Das da, das sind bestimmt Wasserpals, oder? Kann ich den da schon sehen, wie gut der ist? Vier. Dann muss ich den noch können, oder? Sieht aber aus, als ob der doch ein bisschen besser ist. Ich hoffe, den kriege ich, weil den habe ich noch nicht. Das ist natürlich ein Flieger, aber... ...Zellerei. Lässt sich von Wind tragen, reißt nach Lust und Laune, und dann finden sich zwei der Pals an ihren Zielerenden, die Reise der beiden, okay. Und was sind das da für welche? Tephant, okay, die kenne ich. Das sind diese Elefanten, die brauchen wir eigentlich nicht jetzt gerade. Ist das eine Kugel? Nein, ne? Da ist eine Kugel, dann nehmen wir die mal schnell noch. Ah, das ist eine Megasphäre. Die hatten wir noch nicht, ne? Da kann man jetzt bestimmt diese Level 10 Leute holen, kann das sein? Das ist so ein Ottifant da. Da sind noch zwei von denen. Warte mal, lass mal gerade in den Palindex gucken, wofür die gut sind. Da ist er. Wasser. Bewässerung und Transport, na super. Den habe ich auch noch nicht, der wäre noch schön zu kriegen. Der hat mich mal angegriffen, ne? Da ist eine Kugel, den nehmen wir erst mal mit. Wenn ich sie dann kriegen könnte. So. Gibt es hier noch was? Wir gehen mal hier weiter. Tephant. Der konnte nur Wasser. War für mich jetzt nicht interessant, höchstens 10 Stück davon zu haben. Das wäre als einziges interessant. Da rechts gibt es ein Ei. Aber ich habe keine Brutbox, ne? Ne, das ist kein Ei. Das ist so ein grünes Ding zum Leveln. Das holen wir uns mal schnell. Die Statue. Gibt es hier irgendwo auch so einen Reise-Schnellreisepunkt? Wäre schön, ne? Laufen wir mal hier lang. Ein Fixie. Ich weiß nicht, ich glaube den haben wir noch nicht. Kann er sein? Sind sie da kaputt, oder? Ne, noch nicht. Okay, dann haben wir den sofort. Sehr gut. Gibt es hier irgendwo einen Schnellreisepunkt? Ich glaube nicht, ne? Der wäre jetzt hier sinnig gewesen. Bevor es dunkel wird, ist schwierig. Hier ist eine schicke Kiste. Goldmans Parsphere und Stahlschlüssel. Palladium. Okay. Ist das was Spezielles? Ne. Live-Monk. Den haben wir auch noch nicht. Der war uns letztens abgehauen, ne? Kann das sein? Ich glaube, der läuft uns auch wieder weg. Aber der wäre schon cool zu haben. Weil den habe ich noch nicht. Den werde ich wohl nicht mehr kriegen, ne? Da hinten ist Feuer. Okay, dann sind wir beim Dorf, sind wir hier, oder? Leider, leider. Sehe ich diesen Mank nicht mehr. Ich würde sagen, der ist weg. Könnte hier noch gucken, ob er hier hochgelaufen ist, aber eher wahrscheinlich nicht. Was ist das für einer? Spark-Kid. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gehabt, oder? Den durfte ich noch nicht. Oh, und der macht Strom, oder was? Bevor der mich trifft, ne? Sollte ich den lieber fangen. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben Hunger, das heißt, wir essen mal gerade hier was. Da geht noch was, und fertig. Gut, äh... Da ist eine Kugel, die nehmen wir schon mal mit. Was ist das? Eine Kiste, die ist natürlich auch brauchbar. Ich hoffe, den kriege ich jetzt. Der muss ich kriegen. Hat die Intelligenz seit 5 bis 7 Jahren das Kindeskinder gerade verheirkt, und dazu will man allerdings auch von Fällen, bei denen wir gelernt haben, mit einem Waffe umzugehen, ihren Meister abboxen. Okay, dann muss ich also aufpassen. Das ist eine Kugel, oder? Ich glaube, wir müssen mal hier runter gucken, wo wir da hin so können. Da ist was, was wir gebrauchen können, oder? Das ist doch so ein grünes Ding, oder? Boah, shit! Ich glaube, wir stürzen jetzt gleich ab. Oh, oh! Na, das ist ja doof. Jetzt wissen wir, wofür wir Ausdauer brauchen, ne? Energie geht aber hoch. Gut, dass der so ein Bergsteiger ist, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme, weil nach rechts gehen geht irgendwie jetzt nicht, ne? Doch, geht doch! Okay, dann kriegen wir das Teil auch noch, das ist wichtig, weil das ist auch noch so ein Live-Monk-Statue. So, aber wir müssen zusehen, ich glaube, es wird langsam dunkel, dass wir irgendwo einen Reisepunkt finden nach Hause. Ist hier oben das Dorf, kann das sein? Aber wir haben auch noch Statuspunkte, die müssen wir auch noch machen, ne? Das war gerade ein Zwölfer, den ich da gesehen habe, ne? Äh... Warte, gucken wir auf eine Karte, ne? Statue ist da links, also da lang. Wer ist denn das hier? So, dann reisen wir mal schnell nach Hause. Und gucken, was wir alles mitgehabt haben. Kleines Dorf, machen wir doch schon, oder? Da ist ein anderes kleines Dorf. Nein, das ist... Boah! So, jetzt erstmal Beute angucken hier. Ja, diese tolle Sphäre. Fanggeschick 14 und das ist 7, ah, das ist doppelt so gut, okay. Das ist schon mal schön. Elektrodrüse haben wir jetzt. Hier, Palsaft zweimal gekriegt. Von wem weiß ich nicht, aber wir haben es. Aber ich glaube, wir brauchten dreimal, ne? Kann das sein? Lass uns erstmal hier einsortieren. Die 10 geht hier nicht rein. Die Feuerdrüsen haben wir jetzt 6, das heißt, wir können was mitbauen. Und da haben wir auch tatsächlich... Na, wir brauchten da 10 von. Na, schade. Das heißt, das reicht noch nicht. Die letzte Drüse würde ich hier lassen, weil hier lauter Drüsen sind. Ich nehme das einmal auch hier raus, das packen wir auch anders rein. Das hier, naja, das lassen wir mal alles so schön, wie es hier ist. Und schauen hier nochmal rein. Weil da ist schon ein Ei drin, da packen wir das rein und das rein. Und da kommt auch das dann noch rein, die Medizin. Keine Ahnung, wofür die gut ist. Jetzt haben wir noch die Sphäre über. Zack, so. Das war's. Rote haben wir drei, okay. Und dann können wir hier Eier erhalten. Gucken wir mal, was können wir kochen. Die Bären können wir hier kochen. Okay, reichlich. Kann sich der Foxpal darum kümmern. Hier ist nichts gemacht worden, das ist schlecht. Hier können wir einen Metallbarren rausholen. Sonst können wir hier nichts machen. Passt aber erstmal. Die sind am Essen. Haben wir da was zum reinstecken. Ich glaube, wenn wir hier die Hälfte nehmen, was war die Hälfte? Eine Hälfte nehmen ist mit Shift-Taste und die packen wir mal da rein, dann haben die mehr zu essen. Den wollte ich droppen. Kann ich jetzt aber irgendwie hier nicht droppen, kann ich aber hier droppen, oder? Abwerfen machen wir mal. Jetzt liegt der da rum, ne? Ja, gut. War das hier mit dem Geschirr, das war... Ah, jetzt geht das. Geschirr zum Handhaber und vom Fockpack. Eigentlich ist hier Foxpacks damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit als Flammenwerber auszurüsten. Ich glaube, das machen wir. Sehr schön, haben wir noch ein Level abgehabt. Was fehlte uns jetzt hier noch? Warte mal, das... Ne, da war mal jetzt falsch. Ich muss nicht F drücken, sondern V drücken. Achso, da fehlte uns die heiße Quelle. Und die finden wir bei B. Und da fehlt uns vor allem der Palsaft dreimal, okay. Das Fox-Geschirr, was machen wir da jetzt mit? Das ist die Frage, ne? Ist das jetzt hier automatisch irgendwo dran oder sowas? Sehe ich nicht. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Habe ich das mitgenommen oder liegt das da noch? Das kann natürlich auch noch sein. Ne. Jetzt mal gucken, ob das hier automatisch irgendwie, ne, Warte 3 war das, durchklickern. Habe ich jetzt das Fox-Geschirr irgendwie schon automatisch dran, ne? Tja, wenn man jetzt noch wüsste, wie das funktioniert, ne? Also der läuft jetzt mit und hat, ich habe keine Ahnung, was er macht. Jetzt gehen alle pennen, das heißt, ich gehe auch pennen und dann werden wir auch mal die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abob macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Mal das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Irgendwie sind hier ganz viele Betten, aber hier pennt keiner drin oder zu wenig, das kann es auch nicht sein, oder?